Hey, von der mal, ich werde etwas anderes wissen, dass ich etwas neu habe. Ein paar Dinge, was ich gesehen habe von einem YouTuber, der Videos machten, was heute in seinem Leben geschaffen wird. Ich will wissen, wie er vielleicht in Englisch sagt, ich werde proben, auf Deutsch zu sein, und ich werde ihm etwas erklären, was das gut ist, was der Mensch geschaffen wird und was er von diesem Video vertellen darf. Denn sie nennen es Scott Harrison. Er hat angefangen, ein Ministerium zu haben, wo Menschen dort an Butter fehlen. An reine Butter. Das ist ein Land in der Welt, wo nicht reine Butter ist. Und dieser Mensch schafft mit alles, was er hat, mit Menschen, mit Freunden, mit Oberatoren, dass er kein Butter durchbringen kann, klare Butter durchbringen kann. Ich will in diesem Video die Bilder erwiesen, wo die Koste klar kriegen in deinem jetzlichen Leben, wo du das, wenn du nicht reine jetzliche Mutter kriegst in deinem Leben. So, wo er geplant hat, ich will diese Geschichte erzählen, wo das Scott Harrison gemacht hat. Und ich will die Bilder erwiesen, was du dir erwiesen hast in diesem Video. Und ich will da, weil ich dort jetzlich nehmen soll, aus dem Kost, diese Bilder, das Wutter, und diese Gleitungen, in jetzlichen Ländern, wo steht dort, man dienen soll. So, ich hoffe, dass du das Lehrst. Ich kann auch so viel lernen können. Und nicht nur so, das ist eine Geschichte. Das ist das, was die Bilder, oder die Neues, was auch gegangen ist, und wir wissen, was das sein wird. Das ist eine besondere Sache, wenn du das durchgehst, und du mit dir schaffst, dein Leben wird ganz verändert. Wenigst, mit was du dir fandest, das wird mit dir verdrückt. So sag ich euch, ich wurde dir erwiesen, von was das Scott Harrison belebt hat, in seine Organisation, als Charity war. Wenn du Englisch kallst, sieht die dort ab, dass er Scott Harrison, was die Dinge von denen sein. Aber ich wollte nicht so sagen, dass er seine Dinge abheben, was er da hat, wo er wieder kämpft, wo er jetzt ist, und was er alle schaut. Aber ich wollte dir wissen, was ich getan habe, und ich wollte sagen, dass du einen Ort für diese Menschen Und dann wollte die doch was im Ort sein, weil du sagst, was in der Welt noch alles passiert ist. Ich wollte meinen Fuhn bis rausnehmen, und dann hatte ich Bilder hier in der Reihe, und dann war ich am Anfang, nicht ob man in einem Bildschirm wo ich von dem Bild reden konnte, ich wollte die Bilder durch und die Panteien machen, was die Röpfein kostet. So, der ganz erste Punkt ist Scott Harrison von seinem Leben zu verteilen. Wo er es abgeworfen, wo er seine frohe Familie war, und wo alles aufschönt ging, und war ein Tag, und seine Mama ist krank geworden, wegen des, was im Haus auch nicht war, mit der Gostlinie in der Haft, der sich der Gost angeholt hat, und er ist krank geworden, und er hat mit Filtersprüchen und hat Allergie gekriegt, und so wieder. Und seine Äldern sind Christen, und er ist ein kleiner, christlicher Junge war, und hat ein Quack-Piano gespielt, und der Räte von hat seine Spuss-Gehörse auf den Hof geschnitten, und er bat den Tag, wo er als 18 geworden ist, wo er in New York hat angefangen, ein gesündliches Leben zu leben, wo er in einer Bar ist, wo er gelten hat, mit Wein zu trinken, und er fangt aufzuwiesen, wer er basteln, der Dierstückkorn, wie ihn gekäubt, mit Geldmärten, und er immer wieder, er wies bis, er ist, für ihr haben das jetzliche Leben, nichts wichtig, und er fängt sich, ob er in einer Städte, wo er sich klarig fällt, und meufelt, und ganz, ganz, gut ist, mit ihm. Er wollte es abgeben, und er nimmt all seine Dinge, die er hat, Hünder, und Düsende, CDs, und alles, was er hat, verkauft er über Ebay, und das war alles, er war los von dort, er war alles Geld, und er war tot, und er war tot, und er war tot, und er war tot, und er hat dort Geld, weil er mal ein Mischendung, er war bis zum Wuhan fahren, und alle Menschen haben. Er kriegt das meist nicht so weit, was Menschen an ihm annehmen, wegen es heißt, er ist ein Traktor jung gewesen, aber hier ist eine Mischendung, was er annehmen, das wurde in Liberia, in der Afrika, Liberia vorhandeln. Hier ist das Kind, wo er mit dem Helikopter durchkommt, dort schafft, wo er dann wohnen mag, wo er mit armen Menschen haben, und dort in der Stadt, in Liberia, seine Arbeit geht, durch Bilder merken. Er kann nicht viel halten, mit den armen Menschen, aber wenn er wirklich will, ein besseres Leben umfangen, dann soll er dort bewiesen, dann soll er durch das Umfang geschaffen, und bis Bilder merken, und dann muss seine Häuser gut nachbringen, wo er gut geht mit ihm. Das erste Bild, was heute von Reden geht, da ist so viel Arie in das Land, und dort, je mäßig, wo ein Bild für mich, und dort, wenn ich Lacher, wo sie alle auf den Dach geschauten, und das zweite Bild, bis Häuser, die dort abgebompt sind, wo Menschen, wenn wohnen, wo Häuser sind, wo einmal so ein Fan wird, und die sind die ganz nicht gewohnte Häuser, bis sie alle erreicht hat, und sie kriegt, und sie wieder. Und heute, bis Bilder merken. Aber nie, hoffentlich habe ich noch mal bis Bilder gemerkt, von wo sie dort sind, und am nächsten Tag fängt es an, von wo sie wirklich, von den Schöpfen, die Doktor kommen, und weil sie überhaupt in den Häusern, bis alle Bilder merken. Ich fängt an die Bilder zu merken, von der Papierarbeit, von der Doktor schauen, die kennen ja ein Bild merken, und die Nummer ist abgeschrieben, die kennen ja heute. Den vierten Tag, war ich heute abwarten, und er sagt, da habe ich noch keine Ahnung gesäun, als er den Schöpfen hat. Viefdüsen Menschen kamen, sonst hat er noch nicht eure Ahnung gesäun. Die wollen alle haben, von diesen Doktor, wo sie mit einem Schöpfen haben kommen, wo sie Menschen haben wollen, und dort, wo er erinnern war, dass er nicht genug Doktor hat, wir kennen ja nicht alle haben. Aber das geht nicht, wenn er zu heulen, er will das Bilder merken, aber er fängt nicht nur ein kleiner Junge, ein viertenjähriger Junge, sonst hat er noch Kämereier in seinem Leben nicht nur gedacht, wo er es gegeben hat. Der hat sein Müll abgeschwollen auf Krebs, und in seinem unteren Leben, wo er den ganzen Müll umfang abgeschwissen wurde, wo er Krebs gegeben hat. Die Mama weiß, er nimmt ein Bild, und wie er für den Jungen gelogen hat, als er acht Jahre war, und er sagt, er wird ganz gesund gewesen, aber er ist die vierten, und er sieht dann, das ist das. Dinge, wo er diesen Scott-Harrison durch den Kopf rein, was er nicht verstehen kann, wo er nicht alles geben hat. Und ein paar Jahre wieder sind, wo er den Jungen operieren hat, wo er auch der Stimme getroffen hat, und er hat ein paar Werk wieder aus der Jungen wieder aufgeholt, und er hat die Töfte können drüben, und dann nur zwei Jahre wieder sind die Jungen der Stimme. Er hat ein bisschen hart gekriegt für die Menschen, was er soll müssen, und er will wissen, was er mit getan wird. Er hat mir viele Bilder und viele Bilder in einem Jahr gemerkt, von alle Kinder, die alle im Bild merken, in alle Numberschreiben, in alle Nimmerschreiben, die alle wollen, entweder operieren oder etwas. oder was er mit besiehen. So, in seiner Arbeit, wir müssen alles aufgeschrieben, was er ist, 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 was er ist. was er ist, was er ist, was er ist, was er ist, er ist, was er ist. Er ist, es ist, die Menschen kriegen nicht die richtige Butter. Sie trinken Grönes Butter, steilhölles Butter, sie trinken von Riefers, wo du Knippers machen und sehr viele Krankheiten machen. Hundert verschiedene Krankheiten kommen her von Riefers, wo diese Menschen von Butter trinken. Dort ist der Trübel von Butter, die Krebs kriegen. diese Frühe, die haben keine andere Butter gesäunt, die sind der Brüner Butter, die kennen nicht von anderen, die sind dann abgeworfen. Die Kinder, wo du mit den Krücken machen, Dach für Dach gehen und das Rutschoffen damit sie nach einem Dach überleben können. Dus eine Frühe, wo die sage, wo du mit einem Sohn sich in ein Loch gerufen haben, solltest du ihn nach einer Klinik gehen, wo sie den Dach nach Butter bringen. Die nächste Frühe, wo ich hier habe, das hier mankt Butter, wo du überhaupt nicht sitzt, dort Butter sitzt du allein nicht rein, über das besonders auch wehens, mankt Butter sind Crocodile. Das sagt, in den letzten Jahren sind hier Menschen vorgekommen, hier Dach wird von Crocodile abgefriert. Menschen waren, wo du nervös sind Tränen rausgekommen. Dort wurden die Menschen durch lebende und in dieser Person, Scott Harrison, in der Zeit hat Haube und Haube Haube in der Hand Millionen Menschen geholfen. 50% von Menschen wurden getrennt getrennt und 50% von der Schminarie hat 50% von Menschen waren alle so weit kaputt, dass sie nicht eine Schule ruhen, dass sie nicht schrauben nicht tun und alle Welt widmet den Menschen. Ein von alle drei Schulen in der Welt haben nicht Butter und nicht Wagen wo die Kinder keinen Wagen in Wagen wo die Kinder wurden krank und ihre Geschwister und ihre Geschwister haben die Arbeit gemacht. Das ist meistens die früheste Arbeit machen. Früheste sie sehen sich irgendwo in Gruben in Gruben in ihre Familie und etwas zu trinken. Das ist gut zu trinken, beten, backen, und alles. Aber das nicht bis die negative sieht. das ist Gott her hat die in die Dinge bescheiden, dass Menschen reine Butter haben. Diese Menschen haben nicht Geld und die Menschen haben. wenn du Geld hast, das Gott hört, sie bringt die Reine Butter, das nicht selten, das Bild von diesen Kindern wird hier immer gut gemerkt. das von einem war, was du hat einen Vorteil gemerkt. die Kinder haben gelacht, ruht und Butter getrunken. Sie gelacht, ruht und gespielt. aber das Party wieder angekommen. Diese Lied waren die reine Butter und ruht und lachen. Und wo ich mit dieser Geschichte habe, wo ich habe. Die Menschen, die wollten die Frau nicht wieder wussten, aber das wurde geheilt. Das ist eine heilbare Krebs. Wenn die Reine getrunken, ist unmöglich, dass die Pferden in Tomar oder Ers wird reine Butter geben, die Menschen verruft. Das ist eine Krankheit, die so trübeln hat, dass die Kinder reine Butter drängen. wie denken wir haben, wir sind gewarnt, die Kinder können reine Butter trinken. Wie denken wir haben? Wie gewarnt? Die Kinder können reine Butter trinken. die sind und die Kinder zu sagen. Was hat die die däglich und monatlich vertreten? Was wird die Fälle nicht mit Sinnen rück 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 wird hier gebrochen, erstens die том milliards die schweig an der krankheit wird reparieren. Wenn es nach meter B Nacht gibt dass Jesus Christus verdienen soll. Wenn man dir von dort guterluten sollt, deine Krankheiten waren nicht alle offen, deine Tumores und deine Schwierigkeiten, die du hast in deinem Leben, werden sie verändern. Wenn ich sage, das solltet, und ich hoffe, du solltest in diesem Video entweder färben kicken, oder du solltest Scott Harrison nennen, und du solltest in deinem Video kicken, und du solltest, was gesteckt werden solltet, was du in deinem Leben bestellst. Das geht ab ihrem Sagen, das ist eine trüge Geschichte, die in der Welt in keiner Welt zu reden kann. Wie es an alle Drakken, die Handreinebüter ans Filder tun können, aber wenn die Leute nennen lassen, wo du deinem Leben durchkommst, dann geht es dir auf. Das geht dir nicht um zu sein, wo du deinem Leben tun kannst. Aber wenn du es in deinem Hort fernst, sind du Menschen, die sagen, dass du deinem Leben bestellst, und du kannst darüber reden, dass du deinem Leben bestellst, oder dass du das auch nicht mehr an meinen Hort fernst, oder du hast es in deinem Leben dass du das auch nicht mehr an den kleinen Fertigungen abgängst. Das geht um zu sein, Hast du überhaupt nicht mehr sein, dass du das auch nicht mehr als in deinem Leben bist? Dass du das auch nicht mehr an den Hort fernst, Der geht drei Stunden ein Wach herunterholen und er geht fünf Stunden mit einem Körb unter drei nach dem Haus. Diese Früh, der geht acht Stunden am Tag. Jeder Tag hat sich ein Wach herunterholen für ihre Kinder. Und der schlechte Nächte hat erst das Dach schwingt sich gut. Ein Tag kommt diese Früh nach dem Haus, immer mehr, und hat wenig getrunken und es ist so warm, weil es bei Tüßers der Feldhahn und beschwingt, wenn ich das so viele Jahre getan habe, der Körb der Feld abbehebt und kiebt viel. Kannst du dir denken? Acht Stunden gehen, und sie wollen ihre Kinder weitergeben, und der Körb ist fähig. Diese Früh, der geht in einem Baum, wo ein Strang anhängen wird, bringt sich dort und nimmt sich das Leben. Das sind diese Dinge gehen, hinterher und hinterher und nach dem Stieg schon. Wo wir Krebs uns das unterdrängen, wo wir Krebs auf der Welt sind, wo wir ins Raum quillen, acht Stunden am Tag, jeder Tag, vier Jahre, und keine Räte fahren. Wenn du dich während des Lebens nimmst, hast du dich nicht festgelegt, hast du dich selbst. Das ist ein guter Weg. Wo wir durch eine Lösung finden. Das ist dieses Mond, auf Millionen Menschen auf der Welt mit der Mutter. Wo die Kinder froh wurden, wo die Eltern froh wurden. Nicht bis froh, wo die waren geheult. Und die kriegen von dir wieder immer wahre reine Butter. Die kämmert sich um, dort die Barums wurden guter Höhlen. Und wenn ich, wo die Geld haben geschickt, kann ich nie ein Barum mehr. Und das wurde er einträchtig besorgt. Und ich freu dich. Wie wir jetzt gehört haben, wo ich gerede. Wenn du was verstehst. Ich gerede jäßlich nur ans Tische. Alles, was ich geteilt habe und gewesen habe von Billa. Wo gerne Menschen leben mit Dingen, wo sie krank waren wegen erreichte Dinge. Die kriegen erreichte Butter nicht. Wie kriegen wir eine erreichte Information nicht. Dann waren wir krank. Wir waren ganz vergräbt. Wir sind anmutig. Und wir kommen so weit, dort werden zu fallen und das Leben nehmen. Wo du es nur rutschst. Und ich sage, dass Jesus, der konnte die Ohren Butter geben. Und ich wollte dir nach ein paar Dinge verteilen, von wo das alles aufgeht. Das sind Jahre, wo du das Monat geschoben hast. Das sind nicht bis wegen einer Monat. Das sind Jahre. Und was dort alle Taubeschoben sind. Dort gab es auch. Wo er mit wo anfangen. Der fang zusammen an mit einem kleinen Ding. Und wo kannst du von dem anfangen? Wo hast du in deinem Leben, wo du ganz neu weißt? Das, wo ich da. So. Jetzt kriegst du das Schmiedschütter, wo ich an mir nennen kriege. Das gehe auf Krebs. Und ich war hier beim Storfen. Du kriegst dort kleine Denk nicht bloß abhören. Fang an andere Denk und nennen dich euch. Reinet. Du hast dort. Wie sein Recht. Die meisten von uns kennen dort. Nicht bloß wegen der Recht sind. Aber wegen dieser Chance. Wir haben das tun. Wir haben die Bibel. Wir haben die Menschen. Wir haben die Fren. Wir haben diese Dinge. Wir haben diese Dinge. Wir können uns mit guten Dingen vertellen. Wo wir kennen die Änderung sein. Das ist das. Gehen wir. In diesem Bild. In diesem Bild. In diesem Bild. Wo ist ihr angegangen? Bloß zwei Dinge. Du hast die Gluten von einem Mensch gehalten. Und du hast ihn von unserem Butter zu trinken. Wo wirst du mit deinem Leben leben? Einmal länger Schweinschen Butter trinken? Wo habt ihr das dann, dass du gelebt hast? Dann kannst du dir auch kein Pfehlungsstoffe. Da habt ihr dich dann nicht angehüllen. Na so lange der Gewalt fehlt. Wenn die eine Wehner festlegen leben. Dann lebt er doch ein Futter, der dort wohnt anhält. Ich rede nicht so, dass die Kosten entschädigt werden. Im Fertig wird gesagt, die Kosten sind nicht richtig. Wenn Gott nicht mit dir ist. Ich stelle mir viel. Aber Gott hat viele Stunden gebt, dass die Kosten, die dort entschädigt werden. Ich war mit Jesus zufrieden. Jesus wird dich nicht in die Ohren packen und sagen, du kommst dich. Der wird dich. Läuft du dich früher und wirst dich. Diese Dinge haben mich geholfen. Und mit diesen Dingen geht er auch in deinem Leben ständig. Und reicht dich. So ist es ja für ein Fertig. Das ist ja nicht nur, dass ich das mit dem Schaden entschieden habe. Ich will nicht mehr, dass man mit guten Dingen fällt. Das geht gar nicht mehr so schön. Aber ich will mir das überleiden. Ich fällt mir mit diesen Dingen. Das Bild von diesem Jungen und nicht diesem Jungen. Das immer was ich sage, dass es merkt, was du. Jeder wird merkt, was du. So, wenn du dich an der Kampf hast. Klicke dieses Video, Frau Schäfer. Entstell dir diese Menschen in die Lebenswelt. Die gehen wirklich durch. Körperlich. Aber du und ich gehen durch sehr viel Mut. Du bist in der Jeschsten Welt, wo du dich an der Kampf zu quälen. Und du hast auch andere Informationen gegeben. Und wenn du und ich von dir drängen, wir sind voll Kraft, Fatten und Hoffnung. Und das wird die Fähigkeit schon geben. Jesus will haben, wir sind frei sein. Wahrhaftig frei. Und du fällst mit den Helden jetzt. Und vor allem leben. Probe das. Wenn du nicht willst. Fangen wir das kleinste Bild an. Und fängt es an. Fängt es an. Fängt es an. Fängt es an. In deinem Leben. Von dir. Nun saßt man noch wieder. Aber von dir. Nun ja wieder. Wenn du dich an. Wenn du dich an. In deinem Leben. Das noch. Schön. Euer. Gott. 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 Gott.